Mein Lieblingsfilmgenre ist Science Fiction. Ich habe gestern den ganzen Tag in einem Thermalbad entspannt. Mein Lieblingsurlaubsort ist ein abgelegener Strand. Mein Lieblingsurlaubsort ist ein abgelegener Strand. Mein Lieblingsgericht ist Paella. Mein Lieblingsgericht ist Paella. Ich habe eine Schwester. Ich habe eine Schwester. Ich trage eine Brille. Ich trage eine Brille. Das ist mein neues Fahrrad. Das ist mein neues Fahrrad. Ich habe gestern Abend fern gesehen. Ich bin ein Frühaufsteher. Mein Lieblingsstück Kleidung ist mein kuscheliger Pullover. Mein Lieblingsstück Kleidung ist mein kuscheliger Pullover. Mein Lieblingsessen ist ein traditionelles Gericht aus meiner Heimatstadt. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Mein Lieblingsduft ist Lavendel. Mein Lieblingsgefühl ist Lavendel. Mein Lieblingsgemälde ist die Mona Lisa. Mein Lieblingsgefühl ist die Mona Lisa. Mein Lieblingstier ist der Panda. Mein Lieblingsgetränk ist Eisdee. Mein Lieblingsgetränk ist Eisdee. Mein Lieblingsdessert ist Tiramisu. Mein Lieblingsdessert ist Tiramisu. Ich habe gestern den ganzen Tag im Freizeitpark verbracht. Mein Lieblingsgetränk ist frisch gepresster Orangensaft. Mein Lieblingsgetränk ist frisch gepresster Orangensaft. Ich habe gestern den ganzen Tag am Strand geschillt. Ich habe gestern den ganzen Tag am Strand geschillt. Mein Lieblingsfilm ist ein Klassiker aus den 80ern. Mein Lieblingsfilm ist ein Klassiker aus den 80ern. Ich habe gestern den ganzen Tag geangelt. Mein Lieblingssport ist Basketball. Mein Lieblingssport ist Basketball. Mein Lieblingsfestival ist das Oktoberfest. Mein Lieblingsfestival ist das Oktoberfest. Ich spiele gerne Videospiele. Mein Lieblingsmärchen ist Rotkäppchen. Mein Lieblingsmärchen ist Rotkäppchen. Ich habe gestern den ganzen Tag im Theater verbracht. Mein Lieblingsinstrument ist das Klavier. Mein Lieblingsinstrument ist das Klavier. Ich koche gerne. Ich koche gerne. Ich koche gerne. Ich habe gestern den ganzen Tag in der Bibliothek verbracht. Ich habe gestern den ganzen Tag in der Bibliothek verbracht. Mein Lieblingsfach in der Schule ist Kunst. Mein Lieblingsfach in der Schule ist Kunst. Ich reise gerne. Mein Lieblingsinstrument ist die Geige. Mein Lieblingsinstrument ist die Geige. Ich esse gerne Schokolade. Mein Lieblingsfilmgenre ist Komödie. Mein Lieblingsfilmgenre ist Komödie. Ich habe gestern den ganzen Tag im Museum verbracht. Mein Lieblingsplatz ist der Wald. Mein Lieblingsplatz ist der Wald. Ich singe gerne unter der Dusche. Mein Lieblingsgetränk ist Limonade. Mein Lieblingsgetränk ist Limonade. Ich habe gestern den ganzen Tag im Zoo verbracht. Ich habe gestern den ganzen Tag im Zoo verbracht. Mein Lieblingstier ist der Hund. Mein Lieblingstier ist der Hund. Mein Lieblingstier ist der Hund. Ich mache gerne Yoga. Ich mache gerne Yoga. Mein Lieblingsgetränk ist Kaffee. Mein Lieblingstier ist Kaffee. Mein Lieblingstag in der Woche ist Freitag. Mein Lieblingstag in der Woche ist Freitag. Ich habe gestern den ganzen Tag Musik gehört. Mein Lieblingstier ist Sushi. Mein Lieblingstier ist Sushi. Mein Lieblingstier ist Sushi. Mein Lieblingstier ist Sushi. Ich tanze gerne. Ich tanze gerne. Ich habe gestern den ganzen Tag gezeichnet. Ich habe gestern den ganzen Tag gezeichnet. Wir gehen oft ins Kino. Wir gehen oft ins Kino. Mein Lieblingssport ist Schwimmen. Mein Lieblingssport ist Schwimmen. Ich mag den Sommer. Ich mag den Sommer. Wo ist die nächste Bäckerei? Kannst du mir bitte die Tür öffnen? Kannst du mir bitte die Tür öffnen? Wir machen gerne Picknick im Park. Wir machen gerne Picknick im Park. Mein Lieblingsgetränk ist Kaffee. Mein Lieblingsgetränk ist Kaffee. Wir gehen am Wochenende zum Markt. Mein Lieblingstier ist der Hund. Mein Lieblingstier ist der Hund. Ich mag den Herbst. Ich mag den Herbst. Wo ist die nächste Tankstelle? Mein Lieblingsgelsport ist Herbst. Mein Lieblingsgelsert ist Eis. Kannst du mir bitte das Fenster schließen? Wir machen gerne Fahrradtouren. Mein Lieblingsbuch ist ein Roman. Ich mag den Winter nicht. Kannst du mir bitte das Salz geben? Kannst du mir bitte das Salz geben? Mein Lieblingsspielzeug ist mein Teddybär. Mein Lieblingsspielzeug ist mein Teddybär. Ich gehe gerne angeln. Ich gehe gerne angeln. Ich trinke gerne Milch. Ich trinke gerne Milch. Wo ist die nächste Apotheke? Mein Lieblingsgemüse ist Brokkoli. Mein Lieblingsgemüse ist Brokkoli. Kannst du mir bitte den Weg zur Post erklären? Kannst du mir bitte den Weg zur Post erklären? Wir treffen uns morgen im Café. Wir treffen uns morgen im Café. Ich gehe gerne joggen. Ich gehe gerne joggen. Mein Lieblingsrestaurant ist Italienisch. Mein Lieblingsrestaurant ist Italienisch. Ich trage eine Brille zum Lesen. Wo ist der nächste Geldautomat? Wo ist die Bank? Wo ist die Bank? Ich bin müde. Ich bin müde. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich sehe einen Hund. Ich sehe einen Hund. Sie liest ein Buch. Das ist eine Katze. Es regnet draußen. Es regnet draußen. Ich trage eine Jacke. Ich trage eine Jacke. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Wo ist das Restaurant? Wo ist das Restaurant? Ich habe einen Apfel. Ich habe einen Apfel. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Ich esse eine Pizza. Ich esse eine Pizza. Ich habe einen Kopf. Mein Name ist Peter. Mein Name ist Peter. Mein Name ist Peter. Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. Das ist ein Stuhl. Mein Auto ist blau. Ich höre Musik gerne. Ich höre Musik gerne. Wo ist die Bushaltestelle? Mein Bruder fährt Fahrrad. Mein Bruder fährt Fahrrad. Ich sehe einen Film. Ich sehe einen Film. Wo ist das Hotel? Wo ist das Hotel? Ich trinke Milch. Ich trinke Milch. Wo ist die Post? Wo ist die Post? Ich gehe zur Arbeit. Ich gehe zur Arbeit. Mein Zimmer ist sauber. Mein Zimmer ist sauber. Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Park. Wo ist das Schwimmbad? Wo ist das Schwimmbad? Wo ist das Schwimmbad? Das Essen schmeckt gut. Das Essen schmeckt gut. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Und wo ist das Schwimmbad? Wo ist der Supermarkt? Wo ist der Supermarkt? Ich spiele Fußball. Das Wetter ist schön. Wo ist das Kino? Ich lerne Deutsch. Mein Auto ist blau. Mein Auto ist blau. Ich gehe zur Schule. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Die Blumen sind schön. Mein Lieblingsfilmgenre ist Science Fiction. Mein Lieblingsfilmgenre ist Science Fiction. Ich habe gestern den ganzen Tag in einem Thermalbad entspannt. Mein Lieblingsurlaubsort ist ein abgelegener Strand. Mein Lieblingsurlaubsort ist ein abgelegener Strand. Mein Lieblingsgericht ist Paella. Mein Lieblingsgericht ist Paella. Ich habe eine Schwester. Ich habe eine Schwester. Ich trage eine Brille. Ich trage eine Brille. Das ist mein neues Fahrrad. Das ist mein neues Fahrrad. Ich habe gestern Abend fern gesehen. Ich bin ein Frühaufsteher. Mein Lieblingsstück Kleidung ist mein kuscheliger Pullover. Mein Lieblingsstück Kleidung ist mein kuscheliger Pullover. Mein Lieblingsessen ist ein traditionelles Gericht aus meiner Heimatstadt. Mein Lieblingsessen ist ein traditionelles Gericht aus meiner Heimatstadt. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Mein Lieblingsduft ist Lavendel. Mein Lieblingsgemälde ist die Mona Lisa. Mein Lieblingsgemälde ist die Mona Lisa. Mein Lieblingsgericht 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 ist die Mona Lisa. Mein Lieblingsdessert ist Tiramisu. Ich habe gestern den ganzen Tag im Freizeitpark verbracht. Ich habe gestern den ganzen Tag im Freizeitpark verbracht. Mein Lieblingsgetränk ist frisch gepresster Orangensaft. Mein Lieblingsgetränk ist frisch gepresster Orangensaft. Ich habe gestern den ganzen Tag am Strand geschillt. Mein Lieblingsfilm ist ein Klassiker aus den 80ern. Mein Lieblingsfilm ist ein Klassiker aus den 80ern. Ich habe gestern den ganzen Tag geangelt. Mein Lieblingssport ist Basketball. Mein Lieblingssport ist Basketball. Mein Haus ist klein. Mein Haus ist klein. Das ist ein Computer. Das ist ein Computer. Wo ist das Museum? Wo ist das Museum? Ich trinke Tee. Ich trinke Tee. Das ist ein Fahrrad. Ich sehe einen Baum. Wo ist die Apotheke? Wo ist die Apotheke? Ich esse Abendessen. Ich esse Abendessen. Mein Hund ist klein. Mein Hund ist klein. Ich trinke Saft. Ich trinke Saft. Ich trinke Saft. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Ich esse Frühstück. Ich esse Frühstück. Mein Zimmer ist groß. Das ist eine Uhr. Das ist eine Uhr. Wo ist der Park? Wo ist der Park? Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. Ich trinke Kaffee. Das ist ein Ball. Das ist ein Ball. Wo ist das Krankenhaus? Wo ist das Krankenhaus? Ich sehe einen Vogel. Ich sehe einen Vogel. das ist ein nadel. Das ist ein Modul. Ich esse Mit areas scenes. Wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Mein Freund ist nett. Ich höre Musik. Das ist eine Lampe. Wo ist der Bahnhof? Wo ist der Bahnhof? Untertitelung des ZDF, 2020